So, dann gehen wir mal da hinten rein und gucken was hier in den Ruinen ist. Dunkel. Weg ist hier auch noch safe. Was haben wir denn hier? Ich hab schon zu viel dabei. Hilfsteine. Jupp. Kackvieh. So. Jetzt sind wir mal hier hoch, oder? Was ist das denn? Todbringer. Ein Todbringer. Das wird jetzt das schlimmste. Was haben wir denn hier? Altes Gefäß. Jetzt haben wir hier nichts. Der Todbringer kommt ja nicht hier rüber, oder? Dadurch geht's mal auf den Todbringer. Ach, ich hab Angst. So, stecken wir uns jetzt mal alles wieder ein. Nein, das ist alles... ready. Schwäche ist natürlich Blitz und Feuer, also Betäubung. Joa, aber der bewegt sich hoffentlich großartig, ne? Ich spring jetzt einfach mal hier runter, wir können uns ja ein bisschen... Okay. Ich wollte gerade den Busch geeinten, aber... Geschützt drehen! Und Feuer! Die Arbeiten wirklich richtig haben wir haben, ne? Wir rücken aus! Und Tempo bitte! Keine Tröne rein! Bald ist der Dämon funktionstüchtig. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Das muss einer der Todbringer sein, die Olen erwähnt hatte. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Erledige die Protesten und den Todbringer. Das wird nice. Das ist ja ein Kuckuck. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch raus. Ob das wohl deine Schwachpunkte sind? Wooh! Wo wollte ich das eigentlich nicht? Ich weiß nicht was passiert. Komm, kill mich! Wo ich anfange. Ich glaub da wo ich zuletzt gespeichert hab. Das wär aber richtig mies. Normalerweise müsste er jetzt nach dem Clip gespeichert haben. Das wär natürlich das Beste. Weil eigentlich wollte ich den wegsneaken. Hab aber wohl auch ne gute Schwachstelle vom Todbringer getroffen. Ich muss mir das Video jetzt nicht nochmal angucken, oder? Das muss einer der Todbringer sein, die Olen erwähnt hatte. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Das ist doch sein Kopf, oder? Mein Fokus. Er geht nicht. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch raus. Ob das wohl deine Schwachpunkte sind? Was war das für ein stiller Tod? Alter, willst du mich veräppeln, oder was? Was? Das war jetzt richtig dope, Alter. Tut mir leid, aber... Stiller Tod. Dann drückst du und was ist? Ganz stiller Tod. Sticht sie einfach nochmal dazu, oder was? Weiß was? Fick dich. Töten mich nochmal, Alter. Guck mal, hab ich sogar beide mit einem Flex noch weggehauen. Kann doch nicht wahr sein. Dann drückst du, stiller Tod. Dann bist du am drücken und... Juckt sie nicht. Macht sie nicht. Macht sie einfach nicht. So. Warten wir mal hier rein. Das muss einer der Todbringer sein, die Olen erwähnt hatte. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige... Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch aus. Ob das wohl deine Schwachpunkte sind? Ob das wohl deine Schwachpunkte sind? Nein. Nein. Der zweite Schuss hat er sofort gewusst, wo ich bin. Komm da hoch. Geh da hoch. So. Könnte suchen. Ach guck mal, der Hurensohn hat mich gesehen oder was? Jupp. Ich schieß. Voll vorbei. Da muss doch sein Kopf sein. So. Schnüffelt hier immer noch rum. So. Und jemand hat uns gesehen, oder? Irgendjemand hat hier doch wieder was mitgekriegt. So. Kann ich mir den... Achso. Guck mal. Es sind sogar zwei hier. Wollte grad sagen. Kann ich mir den nicht von oben holen? Der hat mich gesehen. So. Der ist platt. Der ist platt. Haben... Eigentlich noch bisher kein Leben verloren, ne? Nicht ganz nice. Wann ich schon nichts mehr, aber... So. Was haben wir denn noch hier? Also wir haben noch den dicken Brummer da. Wollte schon sagen, Alter. Hat er mich schon wieder gesehen, oder wie? Oder was? Oder wo? So. Jetzt kühlt er sich ab. Oder... Jetzt lässt er sich wieder volllaufen. Zurück her. Wie, 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 wie. Reagiert aber schnell mit dem Schießen, ne? Aber zieht jetzt noch nichts so extremes ab, muss ich sagen. Geht noch. Komm her. Fuck. Das ist platt. Das ist platt. Das Feuer... Auch seine Schwäche, oder was? Feuer, wa? Ich hab noch... Was ist das? Die sind die Vagabze sind noch nicht? Ich habe noch gar nichts. Genau das, wer ich nur. Ich bin noch nie... Ich bin noch nie. Der ist hier dabei. Ich bin noch nie. So viele Frühkisten sind hier auch gar nicht. Jupp. Der ist auch schon mal weg. So, schon mal nice. So. Das Schlimmste ist jetzt eigentlich weg soweit. Jetzt da hinten hat noch einer und der Kollege da. Und der kommt jetzt hier rum, oder? Täusche ich mich da? Die müsste doch jetzt hier rumgepimmelt kommen. Oder? Könnte man denn noch... Schade. Er ist da oben. Was? Eclipse Offizier. Okay. This is the master. Er ist Scharfschützer. Du bist Scharfschützer. Was bin ich dann? So. Da oben ist noch einer, oder? Der ist... Zack. Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Dieser Eclipse Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Sofort. Sofort. Ich möchte mir erst mal... ...die anderen Sachen angucken. Ah. Überleg mal. Wir haben fast wieder richtig Brandpfeil am Start. Von allen haben wir wieder richtig gut was am Start. Jetzt gucken wir uns erst mal an was die netten Kollegen und vor allem das Monster hier. Der Todbringer. Oh. Verderbnisschutzgewebe. Abrissspule. 42%. Handhabung. Kristallgeflecht. Brauchten wir das nicht? Kristallgeflecht? Für den neuen Anzug. Ich meine ja, dass wir den Kristallgeflecht für den neuen Anzug brauchten. Wenn, dann haben wir ihn jetzt. Für uns den neuen Anzug nachher auch mal... ...besorgen. Aber wie gesagt, erstmal gucke ich hier... ...was äh... ...was das Fußvolk hier liegen lassen hat. Gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. Ja, nix schönes. So. Hier oben haben wir gar nix, ne? Kann man zwar hochklettern, aber hier ist sowieso nix. Vielleicht, äh, schneller Ausgang, aber... Mehr auch nicht. So. Jaja, nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich weiß, es wird noch Schlimmes vor uns... ...vor uns sein, aber... ...wieso kann ich keine... Achso, ich hab Lohre voll. Gummisch. 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 Mal sehen, was du zu sagen hast. Na, gucken wir mal. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Un... Knappingo. Un... вид über zu emergen. Segen... Ich glaube, sie hat... Ein bisschen... Da... Boden, eben... Was? So wird das Geräusch. Zwing dich da durch, das machen wir. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte, treten Sie ein. Dr. Sobeck? Also die, die, die Erfinderin der Maschinen oder was? Was kommt jetzt? Dr. Sobeck. So, wird das dann auch hier drin gespeichert? Ich hoffe, ja. Dr. Sobeck, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrell. Bitte in den 34. Stopp. Äh, wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? So, aber hier machen wir dementsprechend erstmal einen Cut. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns, wir riechen uns bei dem nächsten Part von Let's Play Horizon Zero.